So meine Freunde, was geht? Appliate Theory In theory, you should be able to reuse knowledge to make this easier In practice 3 Minuten, 11 Modules, let's go 1 Strike Fair Ich denke, da werden viele Needies sein Ne, da ist nur complicated wires Nur complicated wires Jaja Jaja Das heißt, du musst nur complicated wires gucken Wie viele Module sind das jetzt nochmal? Ja, 11 Das sind nur complicated wires Guck's einfach, ich löse jetzt schon welche So, Stern Stern, was ist Stern? Stern ist, äh Einfach cutten Stern ist einfach cutten? Ja Okay, und LED nur? Nur LED ist nicht cutten Okay, blau ist, wenn es gerade ist, oder? Ja Okay, ist gerade Äh, blauen LED? Blauen LED ist, äh, bei einem parallelen Port ist Ja Blau, rot, Stern Blau, rot und Stern Das müsste nicht cutten sein Dann muss man das cutten, okay Äh, LED und Stern? LED und Stern LED und Stern ist auch nicht cutten Hey, dann hast du es falsch gesagt Wieso? Ja, falsch Wie? Ja, es gab nur noch eins davon Es waren zweimal dasselbe LED und Stern Und das andere muss sich dann noch schneiden scheinbar Warte, war das auch falsch Bevor du weitermachst Hier, LED und... Und außerdem, wir haben vier Module geschafft Wir hatten vier Module geschafft in einer Minute Das heißt, es ist komplett machbar Warte, und wie viele Minuten haben wir? Fünf, oder? Drei Drei Ach so, ich glaube, wenn es Das hier und das, wenn es, äh Dings, äh LED und Stern ist es, glaube ich, B Und B heißt Cut the wire of the bomb has two or more batteries Also heißt, wenn... Okay Jetzt hätten müssen wir schneiden So, ich gucke jetzt direkt, ob das Gerade ist Gerade ist es, okay, so Äh, blau ist gerade, so Kann ich direkt schneiden Kann ich direkt schneiden Rot und Stern kann ich direkt schneiden Rot und blau kann ich schneiden, oder? Rot und blau, äh Ja, wenn die Zahl gerade... Ja, ist ja gar nicht Ja, okay, so Äh, blau, Stern Blau, Stern Nein Äh, rot, Stern Äh, rot LED Rot und LED, äh Auch nicht Okay, wenn die Batterie mehr als... Okay So, blau und LED Blau und LED ist, äh Wenn Bombe parallel ist Nein Dann muss das das sein Hä, da muss jetzt hier noch eins geschnitten werden Ja, komm, du hast irgendwas falsch wieder gemacht, Mann Was war denn das letzte? Hm So, ich... Wir müssen das sau schnell machen, damit es ja schon mal klar ist Ich muss da auch meistens... Frag dich auch sehr schnell, ich mach auch alles schon vor Alles schon vorher Weil ich geh mal dann von aus, das... Muss immer wahrscheinlich nach den gucken, wo wirklich nur die zwei überschneiden Wenn es da mehrere Möglichkeiten gibt, dann... Dann geht's wahrscheinlich nicht Okay, die eine Bombe haben wir schon gelöst LED, naja, rot und Stern ist schneiden Haben wir auch gelöst Rot und Stern ist schneiden, haben wir auch gelöst Hä, rot und Stern haben wir auch gelöst Hä, rot und Stern haben wir auch gelöst Hals, Maul Gelöst Ich hab schon 5 gelöst Ne, ja, 6 hab ich gelöst schon So, rot und Stern gelöst Weiß und Stern gelöst Weiß und Stern gelöst Hä, weiß und Stern Was ist denn das? So, okay So, dann jetzt Okay, warte mal Das kann ich auch Gelöst Rot und Stern gelöst Hä, ha, 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 ha Ach du Scheiße, noch ein Modul Okay, so Rot, Blau und LED Rot, Blau und LED Rot, Blau und LED, wir haben jetzt ein bisschen Zeit, oder? Ja, wir haben sau viel Zeit, wir haben noch zwei Minuten für ein Modul Okay, okay, warte Rot, Blau und LED, wo schneiden sich nur die drei hier? Das 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 Und Das Ja, hab ich Ja, hab ich Ja, hab ich Ja, hab ich Ja, das kannst du so scheiß Part sehen Was für siebte Welt, Alter, wenn alles nach einem Draht schon fällig ist, wollen wir jetzt immer fast dieselben sehen Nein, ich hab drei Dritte oder so immer geschnitten und es waren immer so weiße, weiß mit Stern, rot mit Stern und so Und du halt so, gelöst, gelöst, gelöst und dann so, ja, okay, jetzt kommt wieder was richtiges Ach nee, gelöst, 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 Digger, gelöst Junge, selbst wenn, ihr habt zwar in einer Minute gelöst, glaub ich, die Bombe, oder? Nee, nee, wir hatten noch 1,54 Zeit Junge, Alter Okay, let's go weiter mit dem nächsten Jetzt haben wir noch vier Level, ne? Ja, ja, acht Module, drei Minuten, okay Okay, let's go Aber das mit komplikierten Wires nur, das ist so easy eigentlich Ich hab das Gefühl, jetzt kommen nur noch so Dinger, wo immer dieselben kommen Kann sein So special Ja, doch! Jetzt ist nur noch Labyrinth Nur Labyrinth? Genau, nur Labyrinth Och nee, ey, warte mal, so Wie viele Minuten haben wir eigentlich? Drei Minuten dafür Drei Minuten dafür Drei für acht Mal Oh, wie gesagt Nuss mal Merkt ihr das Labyrinth? Ja, drei für acht Mal, oder? Genau Okay Das kann schwierig werden Ja, das kann ich auch nicht mal davor lösen Okay, äh, ganz oben Links eins nach rechts ist ein grüner Kreis Und dann ganz unten in derselben Zeile Okay, ähm, wo ist, bist du? Äh, vom unteren drei nach rechts und eins nach oben Okay, das Ziel ist drei über mir Drei über dir? Ähm, okay Warte, da musst du hin Eins nach links, eins nach oben Zwei nach rechts Falsch Hä? Falsch Lull Wenn du es einfach nicht verstehst oder so Dann sind wir richtig Arsch Weil dann weiß ich nicht, wo du genau dann bist Junge, wie soll man denn ein scheiß Labyrinth machen? Da muss ich ja selber mitraten, glaube ich Junge, acht Stinger, das schaffen wir doch viel Geht's gleich wieder Gelöst, gelöst, gelöst Ja gut, aber manchmal gibt's ja auch so Sachen, da wird Du von Zwo direkt neben dem Ziel oder so Vielleicht kam mir ja Glück und jetzt kommt fünfmal hintereinander Fünfmal hintereinander Ja, ich werde das jetzt einfach mal ganz halt so versuchen Und dann machen wir's mal Ja, okay, nee, das kann man nicht, das schafft man jetzt so Nee, nee, ich hab's ganz einfach versucht Da musst du ein übelst Glück haben, dass du immer das hast, also das geht nicht Nee, das können wir vergessen, dann muss ich mich auf dich angewiesen fühlen Äh, so Zweite Spalte von links Äh, vorvorletzte Zeile Dann das andere grüne Kreis ist zweites vorne rechts Ja, okay, wo bist du? Ich bin vom linken Kreis eins nach rechts, eins nach oben Das Ziel ist zwei unter mir, kann ich einfach durch? Zwei unter dir? Äh, nee Du musst dann eins nach oben, eins nach rechts Eins nach oben, eins nach rechts Eins nach unten, eins nach rechts, eins nach unten Zwei nach links, eins nach unten, eins nach links Jetzt bist du am Ziel, oder? Jetzt bin ich am Ziel, so Ähm, grüner Kreis ist ganz oben in der vierten Zeile von links Dann links und drei nach unten ist das andere Kreis Ich bin ganz links in der dritten Spalte Und ganz nach rechts Ach komm Warte, da muss ich irgendwie mitraten Okay Okay, wir werden es jetzt mal versuchen So, dass ich die meisten jetzt Die meisten Dinge jetzt selber rate, und dann Oder wir machen es einfach so auf, bis du wie zu hoch hintereinander ratest Und dann machen wir dann Dann zählst du das Hä? Neh mal so, ja, was kann man vergessen? Junge, da, das ist schwierig, wie soll man das denn schaffen? Oder du machst Bildschirm übertragen, man Dann seh ich alles Ich glaub, das wär eigentlich hier eigentlich die beste Lösung Jetzt mal ohne Witz, wie soll man das denn schaffen? Mit Bildschirm? Ja, sorry, aber drei Minuten, acht Module Wir brauchen dafür schon eine halbe Minute Ja, das dauert alleine schon lange zu erklären Wie sagst du, willst du es auch schnell erklären? Okay, let's go, Bildschirm Schummeln 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 Woran seh ich eigentlich, wo du bist und wo das Ziel ist? Hier So, sag, hier ist das Ziel Ach, und du bist das Weiße? Ja Okay, warte, wo ist das? Das ist Das hier, okay Du bist das Weiße? Junge, das ist ja noch fast komplizierter Okay, dann gehst du eins nach unten Eins nach Ne, zwei nach rechts Eins, zwei, drei nach oben Eins, zwei nach links Eins nach unten Eins nach links Zwei nach unten Dann kannst du durch So Das ist So Das müsste eigentlich Okay Äh, warte, wo bist du? Ah, da ist das Ziel Okay, dann gehst du eins nach unten Eins nach rechts Eins nach oben Eins nach rechts Dann gehst du ganz nach unten Dann gehst du ganz nach unten durch Dann gehst du eins nach links Dann gehst du drei nach oben Dann gehst du eins nach links Dann kannst du bis zum Ziel nach unten So, das ist Hier Okay Ähm Oh, das muss doch nicht den Umweg gehen Eins nach links Eins nach unten Drei nach rechts Dann kannst du bis zum vorletzten Bis zum Also eins, zwei, drei, vier nach oben Eins nach rechts Eins nach oben Und dann nach rechts durch So Das ist das hier Ach, du bist Da Ja, okay, dann kannst du Eins nach oben Eins nach links Eins nach oben So Ähm Was ist das? Ach, das hier Okay Äh, du bist da Dann gehst du Also Äh, eins nach unten Eins nach links Du bist da falsch Hä Wie Toll gemacht Aber ich hab schon richtig gesagt Oder nicht Wir hatten jetzt Wie viel hatten jetzt? Vier oder fünf? Wir hatten Fünf geschafft Ja, also so geht das von der Zeit her eigentlich Trotzdem musst du ein bisschen schneller werden, so Ja, wenn das ein bisschen größer wäre Okay Ähm So So Wie bist du? Du bist da Eins Zwei Drei Nach unten Eins nach links Eins, zwei nach oben Eins nach links Eins nach unten Eins, zwei, zwei, drei nach Echt? Hä? 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 Du bist echt ein Loser, weißt du das? Hä? Ich hab doch alles richtig gesagt Scheinbar nicht Doch Nope Ja Junge Wenn ich das Dein Bild größer machen könnte Dass ich genau sehen kann In welcher Reihe immer Ich weiß nicht, dass ich das vor kenne Toll gemacht Toll gemacht Toll gemacht Toll gemacht Ich wollte das einfach mal einmal lösen Ja Toll gemacht Hehehe So Ähm Okay Guck mal das ist dreimal dasselbe Lass das gleich so machen Okay, go Okay Äh Du bist jetzt eins nach rechts Äh Drei nach unten Äh Dann eins nach rechts Dann ganz nach oben durch Und ganz zum Ziel Dasselbe hier So Ähm Du bist da Dann kannst du eins nach rechts Bist nach unten durch Und zum Ziel Du bist doch auch noch hier auf Ja, ja Deswegen ja Wo bist du jetzt da? Ah, jetzt musst du auch einen Umweg gehen Okay, eins nach oben Dann eins nach rechts Dann ganz nach unten durch Ähm Ähm Eins nach links Dann drei nach oben Eins nach links Dann ein bisschen unten durch Dann bis Ganz links durch Dann gehst du drei nach oben Und eins nach rechts Zwei nach unten Ach, zwei nach unten Nein Jetzt also jetzt nochmal Äh, doch Eins nach rechts Dann bis nach oben durch Dann kannst du zum Ziel So, was jetzt das? Äh Ein bisschen damit machst du jetzt, ne? Ähm Wo ist das? Achso, da Okay Du bist da Und musst Achso, da musst du hin Okay Eins nach links Eins nach unten Eins nach links Dann bis nach rechts Dann bis nach rechts Okay Okay Wo bist du denn? Da Und da Warte 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 Und da ist es Ja, da kannst du einfach eins nach rechts Und nach unten durch So So Ähm Fuck Wo ist das? Okay Warte Äh Da bist du? Fuck man Eins nach unten Eins nach links Eins nach unten Zwei nach links Eins nach unten Zwei nach rechts Eins nach unten Zwei nach rechts Eins nach rechts Dann kannst du da oben durch So Wo ist das andere Das ist Fuck, fuck, fuck Wo ist das? Scheiße Hier, okay Ähm Fuck, wo ist das Ziel Okay Eins nach rechts Eins nach oben Eins nach links Falsch gemacht Wieso Eins nach rechts war falsch Du machst doch das Weiße da Ja Eins nach rechts war falsch Das war doch richtig Ich liest doch hier vor mir Scheinbar nicht Ich hab eins nach rechts gedrückt Oder war da ein anderes identisch Nee Das war das Das muss das gewesen sein Das war das letzte Modul, Mann Ja, ich hab's doch richtig gesagt So wie das hier steht Nee Das war falsch So Okay, wo ist das? Okay, da Ähm Eins Nach links Bis nach oben durch Zwei nach rechts Eins nach unten Eins nach links Eins nach unten Eins nach rechts Eins nach unten Eins nach rechts Eins nach oben Zwei nach rechts Eins nach oben Zwei nach rechts Eins nach oben Und oben durch So Ähm Das, okay Du bist da Eins nach unten Jawohl Ok Eins nach unten Zwei nach links Eins nach oben Eins nach rechts Eins nach unten Eins nach links durch dasselbe ist dasselbe so okay dann musst du jetzt so eins nach unten kannst du ziel durch so das wo bist du okay dann hast du zwei nach rechts und dann nach oben ganz nach oben dann bis zum ziel so dass da ist das ja okay du bist da die 1 nach rechts ganz nach oben und 1 2 3 4 nach links 12 nach unten 1 nach links ganz nach unten 1 nach rechts und dann bis zum ziel hoch so wo ist das okay da ist das du bist da kannst du ein zwei drei nach links ein nach oben zwei nach rechts eins nach oben zwei nach links eins nach oben eins nach links eins nach oben und dann kannst du bis zum ziel durch nach rechts so fack ach so da okay das ist nach links zwei nach oben drei nach rechts 1 nach unten 1 nach rechts 1 nach oben 1 nach rechts zwei nach unten 1 nach links 1 nach unten zwei nach links 1 nach 1 nach unten 1 nach rechts 1 nach unten 1 nach rechts und dann oben durch so fack wo ist das das muss ich jetzt schnell machen 1 2 3 3 nach oben 1 nach links 3 nach unten ganz nach links und dann schnell durch nach oben so haben wir ohne schummeln geschafft nach oben ohne witz ist kann man doch gar nicht anders schaffen das kannst du auch nicht schaffen es ist bestimmt so vorgesehen weil die sache ist bist du das erstmal erklärt hast dann hast du ja schon verloren so gesehen naja ja gut jetzt haben wir noch drei bomben die machen alle mit bildschirm so snip snap ich glaub das wird wahrscheinlich jetzt snip snap das klingt mir schon so als wenn es drehte auf jeden fall schon der erste erste modul was wenn es nur das wenn es nur das erste war das eigentlich voll einfach weil der erste mit normalen dräten ich glaub das sind die bayer sequenz ist diesen auch nicht so schwierig doch wir gucken jetzt mal was das ist schon schummeln schummeln naja wie schießt ja ne das sind die bayer sequenz ist glaube ich sieht so aus ne das sind nur bayer sequenz sechs stück das ist voll machbar jetzt ohne scheiß ich finde die übelst einfach ja du du musst dich auch nicht mit den fingern alles zu halten du musst dir alle ganzen tabellen dazu halten so rainbow table gucken wir auch mal ich glaub das ist wirklich so eine welt wo jedes einzelne ist das wäre cool ne das ist eine coole welt aber das ist eigentlich gar keine abschlusswelt weil so schwer ist das ja gar nicht wenn du dich immer auf dasselbe konzentriert musst ok guck mal äh nur passwort das wort würde ich immer das äh passwort ist doch eigentlich voll einfach halt zum maul alter also ja für mich ist aber einfach ich glaub ich weiß was das ist das ist das ist das ist auf jeden fall morse code da bin ich mir ziemlich sicher es kann nur das sein blinken lights das ist so ein hardcore remix ist das das ist locker nur morse code halt zum maul das ist der mix aus diesen beiden das war's morse code und simon 6 nur die beiden ja aber eigentlich ist das auch chillig jetzt mal ohne witz die welt schafft mal locker jetzt ja aber wie viel live live der mann ist jetzt noch drei oder vier drei ja das ist eigentlich von die einfache welt bestimmt haben die so wenig nur geschafft weil die einfach gedacht haben so ein kinderspiel was will ich denn damit oder die dachten sich eh ist eh immer nur dasselbe was soll das die dachten sich immer dasselbe aber das ist cool da kannst du eigentlich auch Bildschirm ausmachen die schaffen auch so ja ich weiß ich wollte die nur angucken tschüss 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 tschüss